Moin und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute sähen wir mal die Zucchinis aus. Und zwar ist das die Sorte All Green Brush. Und ihr fragt euch jetzt sicherlich, warum hat er den Topf nicht ganz mit Erde gefüllt? Das hat einen einfachen Grund. Dieser Rand dort ist ungefähr so hoch, wie die Samen dann tief unter der Erde liegen müssen. Das heißt, wir säen dann jetzt gleich die Samen, da liefen die vier, jeweils in die Töpfe. So, da kommt dann natürlich Erde oben drauf. Und dann immer schön andrücken. So, jetzt ist da nochmal Erde drauf gekommen, genau. Ihr seht, jetzt hat das ungefähr die Höhe von dem Rand. Und da kommen dann noch die Etiketten dran. Und dann wird das gewässert. Und dann dauert das so eine bis zwei Wochen, bis die Zucchini gekeimt ist, genau. Und hat euch dieses Video gefallen, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Lasst die Glocke läuten. Und hier an der Seite seht ihr dann noch Video-Vorschläge. Könnt ihr auch mal draufklicken, wenn sie euch zusagen. Und hier an der Seite seht ihr dann noch Video-Vorschläge.